Mein Name ist Gesa Weizenböck, ich bin Chocolatier und habe meine Manufaktur im sechsten Bezirk. Ich habe das Privileg meiner Berufung als Beruf folgen zu dürfen und arbeite mit der wunderbaren Materie von Schokolade. Bei uns gibt es alles rund um Schokolade. Wunderbare Edel-Kakaobohnenschokoladen aus der Creolobohne aus Südamerika. Wir haben Pralinen, Trüffeln, Schokoladenplättchen, keine Tafeln, ich mag das nicht, wenn man da so hineinbeißen muss, sondern ich mag so feine Plättchen, die dann auf dem Gaumen schmelzen. Ich biete auch seit 2017 Pralinenkurse an, ist natürlich jetzt in diesen Zeiten alles ein bisschen beschränkter. Es sind maximal sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Aber das ist mal eine sehr spannende Geschichte, weil wir bei den Kursen zu Beginn erstmal eine Verkostung machen von Industrie Schokolade versus Edel-Kakaobohnenschokolade. Das ist immer sehr spannend, weil man nur in diesem direkten Vergleich kriegt man erstmal mit, wie Schokolade eigentlich schmecken kann und wie gut sie schmecken kann vor allem. Ich habe einen Online-Shop auf meiner Homepage. Homepage ist www.bitter-süß.at www.bitter-süß.at www.bitter-s foll.at www.fessorin-s